Wie entsteht Geld? Du wirst staunen, wie einfach und wie genial diese Idee ist, wie Geld eben entsteht. Frage an dich, wie entsteht es, was glaubst du? Und wenn ich so in die Runde frage, dann bekomme ich immer wieder die Antworten zum Thema, wie entsteht Geld? Ja, vom Bankomaten oder durch Arbeit oder wenn man selbstständig ist, wenn man ein Produkt produziert. Entsteht so Geld? Oder ist es einfach der Geldfluss? Aber wie entsteht Geld? Und von jemandem habe ich mal die Antwort bekommen, ja es ist ja Schuldgeld. Ja, wie Schuldgeld? Ja, es wird gedruckt. Und, ah, okay, aber wie funktioniert? Ja. Und da habe ich mich selber angefangen zu interessieren, weil ich es wissen wollte. Ich bin interessiert, ich recherchiere gerne und ich möchte gerne dahinter schauen, um es einfach besser zu verstehen. Weil diese Idee ist so genial, dass es fast schon verrückt ist. Wir sind alle froh, wenn wir es im täglichen Alltag haben und wenn wir dann mal was mehr brauchen, sind wir froh, wenn wir auf die Bank gehen können und einen Kredit holen können und dann, ja, ist auch geholfen, oder? Geht uns ja alle gleich. Und das ist auch gut so. So. Aber wie entsteht das? Geld? Geld, also unser Geldsystem ist ein Fiat-Geldsystem. Was heißt Fiat-Geldsystem? Fiat in der Bibel heißt Fiat Lux, es werde Licht. Fiat Geld, es werde Geld. So, zu unserem Beispiel, ich brauche 100.000 Euro, gehe zur Bank und frage um diese 100.000 Euro, weil ich habe eine Idee und ich möchte das umsetzen und das wird sich dann so rechnen, finanzieren, das würde ich so zurückzahlen und die Bank prüft dann die Vertrauenswürdigkeit und Sicherheiten und whatever. Es entsteht ein Vertrag. Und dann, wenn die Bank sagt, ja, das ist okay, das machen wir so, jetzt ist die Frage, wie entsteht es dann? Wenn die Bank sagt, ja, die 100.000 Euro ist okay, du bekommst das. Dann bekomme ich es auf dem Konto zu, also gut geschrieben, oder? Also dir wird es dann gut geschrieben. Wie geht das? Das heißt, nimmt die Bank dann Guthaben von jemand anderem, ein Sparguthaben und legt es dann auf dein Konto oder geht es anders? Es geht einfacher. Sie lässt das Sparguthaben von einem anderen einfach da, wo es ist und tippt in den Computer bei deinem Konto das Guthaben von 100.000 Euro. Okay. Und die Bank muss oder ist verpflichtet, einen Prozent von diesem Betrag an die Europäische Zentralbank zu hinterlegen. Okay. Das heißt, 99.000 Euro sind aus, es werde Geld entstanden. Es werde Licht. Fiat Geld. Es werde Geld. Das heißt, die Eingabe von dieser Zahl, so ist Geld entstanden. Hm, ist das zu einfach? Nein, ist es nicht. Das heißt, wenn du dann, oder ich, oder wenn man dann diese Schuld zurückzahlt, dann entsteht ja genau dieses Geld plus Zinsen. Aber es ist grundsätzlich aus nichts entstanden. Geniale Idee, nicht wahr? Und wenn man das versteht, ist es ganz wichtig, nicht zu verurteilen, nicht zu bewerten, sich freuen an dieser Idee, was irgendwelche Banker vor vielen, vielen Jahren mal hatten. Ob es eine gute Idee ist, wird sich zeigen. Aber es ist eine Idee und es hat bis jetzt so gut oder schlecht funktioniert und es ist eine Schuld-Geld-Geschichte. Und das haben sich diese geniale Erfinder, glaube ich, von der Kirche abgeschaut. Die haben ja auch schon mit der Erbschuld, mit der Erbssünde hantiert. Das heißt, die hast du. Du kannst gar nichts machen. Du hast die Erbschuld und gehst dann vielleicht mit gebücktem Haupt durchs Leben. Ja, ich nicht. Du auch nicht, oder? Und beim Schuld-Geld ist es ein bisschen ähnlich. Aber wichtig, es ist ein Spiel. Bewerte nicht. Bleib in der Freude. Lass dir von niemandem einreden, dass es schwer ist, das Leben. Starte durch. Gerade jetzt sind alle Zeichen, alle Ampeln auf grün. Und einfach nur ein Input. So entsteht Geld. Viel Spaß, viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Servus.